Geboren im Jahre 1908 Entstand hier eine Fußballmacht Rot-Weiß-Rot ist unser Verein Ein Leben lang stehen wir für dich ein Auf geht's runter ins Stadion Tradition aus Stein und Beton Auf geht's Worms, jetzt geht's zur Sache Und Opa ruft laut Wir sind Alava Martian Heia VfM Wir stehen an deiner Seite Sind die Zeiten auch mal schwer Denn wenn die alte Dame aufsteht Und der Drache Feuer spalt Dann heißt das Batsch, religion baby Wir sind bereit Unser Idol ist Zerpelfahrt Mit dem Linken er konnte, was keiner vermag Er kam aus der Nibelungenstadt Und machte sogar Samorablatt Vom Marzler, wir wollen dich spielen sehen Freunde, die hier zusammenstehen Unser Gegner blieb halt lieber zu Hause Und Opa ruft Über die Ause Wir singen Alava Martian Heia VfM Wir stehen an deiner Seite Sind die Zeiten auch mal schwer Denn wenn die alte Dame aufsteht Und der Drachen Feuer spalt Und der Drachen Feuer spalt Dann heißt das Batsch, religion baby Wir sind bereit Wir singen Alava Martian Heia VfM Wir stehen an deiner Seite Sind die Zeiten auch mal schwer Wir singen Alava Martian Heia VfM Wir stehen an deiner Seite Sind die Zeiten auch mal schwer Denn wenn die alte Dame aufsteht Und der Drachen Feuer spalt Dann heißt das Batsch, religion baby Wir sind bereit Wir singen Alava Martian Heia VfM Wir stehen an deiner Seite Sind die Zeiten auch mal schwer Denn wenn die alte Dame aufsteht Und der Drachen Feuer spalt Dann heißt das Batsch, religion baby Wir sind bereit Ich möchte unser Holges Balsamter nutzen Um kurz auf das vergangene Jahr Aus Sicht unserer Wormatia einzugehen Das Jahr 2019 War für unser Verein Alles andere als ein Einfaches Jahr Nach dem verlorenen Pokalspiel Gegen den 1. FC Kaiserslautern Und dem Abstieg Nach elf Jahren aus der Regionalliga Haben nicht wenige hier in Worms und Umgebung Schon das Totenglöcklein Für unsere Wormatia erläutern gewirrt Was ist aber passiert? Der sportlichen Leitung Um Norbert Hess und Ibrahim Kurt Ist es mit der Unterstützung Meines Vorstandskollegen Marcel Geppert Gelungen Den heutigen Trainer Unsere Oberligermannschaft Herrn Christian Klibo Nach vielen Jahren in Samthausen Hier an die Alserer Straße zu holen Ein Glücksgriff Wir bald feststellen dürfen Der Trainer und die sportliche Leitung Haben es geschafft Eine junge, talentierte Mannschaft Für die neue Oberligasaison Zusammenzustellen Dass diese komplette neue Mannschaft Nicht immer alles gelingt Dass die eine oder andere Niederlage gibt Hatten wir von Anfang an eingeplant So steht unsere erste Mannschaft Nach dem 19. Spieltag Auf Tabellenplatz 5 Mit 33 Punkten Also noch in Schlagdistanz Zu den beiden ersten Tabellenplätzen Die den Aufstieg Beziehungsweise die Teilnahme An der Qualifikationsrunde Zur Regionalliga bedeuten würden Der Verein musste sich nicht nur Sportlich neu sortieren Auch die wirtschaftliche Situation Musste den neuen Gegebenheiten In der Oberliga angepasst werden In der nun laufenden Oberligasaison Haben wir ein Etat Von rund einer Million Euro Ein für die Oberliga Stolzer Betrag Dieser Gesamthetat Beinhaltet neben der Oberligermannschaft Aber auch unsere große Leistungsorientierte Jugendabteilung Die mit drei Mannschaften In der Regionalliga spielt Unsere U23 Das waren sich in der Landesliga Die Frauenabteilung Mit zwei aktiven Und zwei Mädchenmannschaften Und unsere in Vollzeit Besetzte Geschäftsstelle Das ist auch in der Oberliga Kein Standard Von dem vorgenannten Gesamthetat Sind aber auch noch Die Beträge Für die Berufsgrossenschaft In Höhe von rund 110.000 Euro zu leisten Ein Betrag Der in dieser Höhe Schon ein großes Loch In unseren Etat reißt Dass wir überhaupt In der Lage sind Diese Etatmittel Verplanen zu können Müssen wir uns ausdrücklich Bei unseren Freunden Und Sponsoren bedanken Nach dem Abstieg Haben uns über 90% Aller Unterstützer Die Treue gehalten Dies ist sicherlich Auch die Anerkennung Unserer Freunde Für das jahrelange Seriöse wirtschaftliche Handeln Unter meinem Vorgänger Tim Brauer Tim Brauer hat in seiner Gesamten Amtszeit Mit größtem Engagement Auch mit eigenen Mitteln Und vielen Kontakten Den Tanker Romatia Auch in schwierigen Zeiten Auf Kurs gehalten Und es so überhaupt Ist ermöglicht Dass wir in der Lage waren Über ein Jahrzehnt Regionalliger Fußball In Worms zu spielen Dafür auch an dieser Stelle Lieber Tim Von mir Meinen Vorstandskollegen Und der Gastronomie Von Marzer Familie Ein ganz großes Dankeschön Zwei größere Infrastrukturprojekte Beschäftigen den Verein In der nächsten Zeit Der im Jahre 2006 Gebauter erste Kunstrasenplatz Ist durch die extreme Beanspruchung Durch unsere vielen Mannschaften Stark abgenutzt Und muss spätestens Im nächsten Jahr Erneuert werden Hier werden wir gezwungen sein Den notwendigen eigenen Teil An der Sendierung Aufzubringen Hier reden wir über Den Betrag zwischen 80.000 und 100.000 Euro Die Erneuerung ist aber Für unseren Gesamtverein Existenzell Da wir dringend Dieses Trainings- und Spielfeld Für unsere Jugend Damen und U23 Benötigen Ein weiteres aktuelles Infrastrukturprojekt Ist das Dach Unseres fast 100-jährigen Alten Vereinsheimes Das jetzige Dach Ist ein einziger Flickenteppich Der derzeit durch Planen Überhaupt noch notwendig Abgetichtet wird Bei einem stärkeren Regen So wie gestern Abend Trinkt Wasser ins Gebäude ein Und die Platten im Saal Fallen von der Decke Hier werden wir gezwungen sein In den nächsten halben Jahren Entsprechende Sicherungsmaßnahmen Zu Unternehmen Um wenigstens noch Einige Jahre Das Vereinsame Als solches nutzen zu können Zum Abschluss Möchte ich mich bereits jetzt Bei allen Beteiligten bedanken Die zum Gelingen Des Jahreserfangs Beigetragen haben Den Mitarbeitern Der Firma TST Namentlich Frau Biggen Und Frau Jung Jens Silex Für die Moderation Christian Buh Für den Einstiegstrailer Und für die Präsentation generell Der Damenmannschaft Für die Einlasskontrolle Und für den Ausschau Lukas Schade Und natürlich Karin Flessner Für die Gesamtorganisation Meine Damen und Herren Nochmals vielen Dank Für Ihr Kommen Indem Sie auch Ihre Wertschätzung Für unsere Formatzeit Zum Ausdruck Zurückgebracht haben Und ich bedanke mich Für Ihre Aufmerksamkeit Vielen Dank Heute spielen die Formaten Heute ist bestimmt was los Denn unsere Formaten Wir sind doch ganz bewusst Wir singen uns viele Darum sind wir immer da Schuss und schon ein Tor Schuss und noch 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 ein Tor Ein Hallo Mal überhaupt Berührungspunkte Wie der Formatia hattest Die ersten Berührungspunkte waren sicherlich Ich bin ja unweit vom Stadion Aufgewachsen Habe ich in der Jugend Fußball gespielt Auf den eben genannten Hartplätzen Da kam man vom Training Noch ein bisschen anders zurück Als jetzt Später War natürlich das Fansein Ich meine Begonnen hat es Ich weiß nicht Ob das das erste Spiel war Aber es war das Einprägsamste Spiel Ich meine Viele Die länger bei der Bomazia sind Erinnern sich an Diese Fast Tragödie Gegen Hassia Bingen Als wir Mitte der 80er Jahre Im Grunde Chlorreich Die Qualifikationen Für die Relegationsrunde Zur zweiten Bundesliga Geschafft haben Am letzten Spieltag Zu der Zeit Gab es auch keine Internet Logischerweise Und so hat sich dann Am Wochenende So nach und nach Durchgesetzt Dass man gemerkt hat Es wird doch nicht klappen Und das war natürlich Das Einprägsamste Damals Das Stadion Das kann man sich Heute kaum vorstellen Ich weiß nicht wie viel Proppe voll Ich war als Elf-Zwölfjähriger Wuch Mein Vater hat dann immer So ein bisschen Hin und her geschoben Dass ich was gesehen habe Aber die Atmosphäre allein Das war natürlich Ein Erlebnis 8.500 8.500 Ich glaube Was heißt ich glaube So viel dürften wir Jetzt gar nicht mehr reinlassen Wäre aber schon Wenn es ginge Tolle Aktion Irgendwann mal wieder Wäre schön Aber sicherlich müssen wir Auch einiges dazu tun Dass wir 8.500 Leute Ansprechen In die Gestaltung zu kommen Ja jetzt aktuell Im Vorstand mit dabei Wie kamst du dazu Zu sagen Ich würde jetzt ganz gern Beim Vorstand mitmachen Ist man auf dich zugekommen Oder wie geht das Ja es gibt im Leben So Begegnungen Wo man erst später merkt Dass die größeren Einfluss haben Im Grunde ist es Zufall Dass ich jetzt heute hier stehe Denn der Zufall war Dass ich mit Tim Brauer Das gleiche Hotel ausgewählt hatte Einer im Winterurlaub Und über diese Begegnung Ist dann ein Austausch Über die Wormatia entstanden Und irgendwann ein Jahr später Kam dann die Frage Kannst du dir eigentlich vorstellen Das Amt zu übernehmen Ja ich wurde schon öfters gefragt Gerade meine Frau Hat mich auch letztes Mal Wieder gefragt Ob ich den Urlaub bereue Aber weder vom Urlaub Als auch von der Begegnung Muss ich sagen Es passt Und ich freue mich Dass es so gekommen ist Was waren denn so die überzeugenden Punkte Zu sagen Ja das reizt mich jetzt Das möchte ich jetzt machen Also ich habe nie mit dem Gedanken gespielt Ein Amt bei der Wormatia zu übernehmen Muss ich ganz klar sagen Deswegen gab es auch nicht diese Positiv-Negativ-Liste Die man dann gerne so im Kopf hat Es war so Dass aus diesen Gesprächen Mit dem Tim Mit anderen von der Wormatia Ich Ideen auch eingebracht habe Und wie jeder Fan auch Mal nachgefragt hat Warum macht ihr nicht eigentlich das so Ist doch von außen betrachtet Ganz logisch Wenn man dann Die Hintergrundinformationen bekommt Dann ist es manchmal Nicht mehr so logisch Und als ich dann gefragt wurde Ist das irgendwo auch ein Punkt Wo man Verantwortung Dann übernehmen muss Man kann nicht immer nur sagen Das würde ich so machen Das würde ich so machen Und dann wenn es drauf ankommt Zu sagen Jetzt sucht ich dann doch wieder In anderen Wo ich muss sagen Es macht Spaß Es ist interessant Es ist was komplett anderes Man lernt In einem Wirtschaftsunternehmen Zu arbeiten Ist anders als In einem Verein Ein Amt zu übernehmen Gerade so ein Verein Wie Wormatia Worms Hatte schon Ämter In kleineren Vereinen Aber das ist nicht vergleichbar Aber es ist eine spannende Herausforderung Du bist ja auch Im Finanzbereich tätig Ist das wirklich Ein großer Vorteil? Ja klar Ich meine Man sollte natürlich Wenn man für die Finanzen Zuständig ist In der Lage Seine Bilanz zu lesen Ob das dann Eine Grundvoraussetzung ist Im Finanzbereich Zu arbeiten Weiß ich nicht Ich glaube Es kommt in so einem Verein Vieles zusammen Ich hatte das Glück Hier in dem Verein Auch das Das weiß man Vorhin ist es mal kurz angeklungen Es ist keine Selbstverständlichkeit Dass man hauptamtliche Mitarbeiter auf der Geschäftsstelle hat Das ist in der Oberliga Glaube ich eine Ausnahme Selbst in der Regionalliga Sicherlich nicht Usus Insofern hat man Eine sehr sehr gute Basis Und der Rest ist einfach Viele auch mit empathischen Sachen Mit Leuten reden Man kann alles besprechen Meine Finanzen sind immer knapp In einem Sportverein Gerade in einem Fußballverein Und da muss man sicherlich Auch mal Entscheidungen treffen Die unliebsam sind Das haben wir jetzt Die letzten sechs Monate Auch gemacht Aber wenn man das gut verkauft Und gut argumentiert Und die Leute mitnimmt Dann klappt das auch Und das ist sicherlich Jetzt nicht unbedingt Eine Voraussetzung Die man nur Im Finanzgewerbe hat Manche sagen Gerade das Gegenteil Aber insofern Ist das keine Grundvoraussetzung Es hilft Bist du mit einer speziellen Philosophie Angetreten Wo du hinmöchtest Ja ich glaube Die Philosophie wird ja Von Vereinen vorgegeben Also die WOMAZE Ist ja gut damit gefahren In den letzten Jahren Wirklich nur das Geld Zu verplanen Was man am Jahresanfang Auch relativ sicher hat Man muss allerdings auch Das ist auch eine Erfahrung Das was man am Anfang des Jahres Relativ sicher hat Heißt noch lange nicht Dass man es hat Und es heißt auch noch lange nicht Dass die Kostenseite So bleibt Wie man es geplant hat Sicherlich Eine eigene Philosophie ist Reines Verwalten Macht mir jetzt wenig Spaß Ich möchte was entwickeln Aber Es ist natürlich auch Klar Eine WOMAZE hat irgendwo Seine Grenzen In der Entwicklungsmöglichkeit Aber man muss halt versuchen Diese Grenze möglichst weit Zu verschieben Und es sind so viele Engagierte Leute In und um die WOMAZE Dass da sicherlich Einiges auch zu machen ist Du hast gerade Von entwickeln gesprochen Wo siehst du Weiterentwicklungsmöglichkeiten Bei der WOMAZE? Ich glaube Ein Punkt Also man muss natürlich Auch immer sagen WOMAZE ist ein Traditionsverein Und Veränderungen Sind da auch nicht Immer ganz einfach Nicht nur auf die WOMAZE Bezogen Sondern glaube ich Auf alle Vereine Mit so einer großen Tradition Deswegen muss man da Auch sorgfältig Und sicherlich auch Mit gewissen Vorarbeiten Rangehen Ein Punkt Den mir sofort Aufgefallen ist Wir haben etwas Worüber uns Sehr viele beneiden Wir haben in unserer Ersten Mannschaft Zweiten Mannschaft Frauenmannschaft Jugendbereich Männlich Weiblich Haben wir hochmotivierte Leistungssportler Sportler Die eine eigene Motivation Haben Eine hohe Disziplin haben Alles Attribute Wo normalerweise Unternehmen am Arbeitsmarkt Sagen Das sind Leute Die würde ich gern Für mein Unternehmen begeistern Und je nach Größe Des Unternehmens Ist es ja auch so Geben diese Unternehmen Viel Geld aus Für dieses Employer Branding Nennt man das Also sich positionieren Am Arbeitsmarkt Und wir haben die Leute Und wenn man die beiden Seiten zusammenbringen Kann Ist das sicherlich Ein Mehrwert für alle Und da überlegen wir uns Jetzt gerade Konzepte Strukturen Da ist jeder gern Eingeladen Hier von den Unternehmern Oder von den Großsponsoren Wenn die im HR Bereich Leute haben Wo sie sagen Da möchten wir unseren Input mit reinbringen Wir wollen auch da Mitgestalten Ich glaube das kann Für beide Seiten Sicherlich eine Interessante Sache sein Im sportlichen Das war jetzt eher Der wirtschaftliche Bereich Im sportlichen ist es so Wenn man mal schaut Wie kann sich eine Vomazia weiter verbessern Wie kann die Vomazia Vielleicht einen Schritt Nach vorne machen Und ich bin ein Fan Vom amerikanischen Sport Da ist es gang und gäbe Das nennt sich dort Farmteams Ich glaube man muss auch Bereit sein mal über Den Tellerrand rauszuschauen Sprich Kooperationen Einzugehen Als Beispiel jetzt In der Presse habe ich das Letztes Mal wieder gelesen Eintracht Frankfurt Hat ja ihre zweite Mannschaft abgemeldet Und wollte mit WN Wiesbaden Eine Kooperation eingehen Beides natürlich Eigenständige Vereine Das ist am Ende Daran gescheitert Dass WN Wiesbaden Einfach zu erfolgreich war Und selbst in die Zweite Liga aufgestiegen ist Aber die Idee ist natürlich Dass Eintracht Frankfurt Hat auch gemerkt Spielen in der A-Jungen Bundesliga Der Schritt von der A-Jungen Bundesliga In die erste Mannschaft Ist zu groß Häufig Sind aber trotzdem Spieler dabei Wo man sagt Die haben das Potenzial Und die würden dann Rein theoretisch Bei einem Kooperationspartner Geparkt Vorteil des Kooperationspartners Ist natürlich Man hat Zugriff auf Spieler Die man sonst nicht hätte Man hat eine gewisse Finanzielle Unterstützung Man kriegt ein Know-how Das ist sicherlich ein Punkt Und das kann man natürlich spielen Sowohl als Senior Als auch als Junior Partner Ist sicherlich eine Sache Die man gut moderieren muss Aber ich glaube Das ist eine Sache Für einen Verein wie Romazia Der Verein hat eine enorme Strahlkraft Das merke ich auch Wenn ich unterwegs bin Ich glaube Das ist eine Möglichkeit Hier einen Schritt weiter zu gehen Egal in welche Ausgestaltung Da muss man offen mit rangehen Das heißt Das Ganze ist erstmal so In der Brainstorming-Phase Also noch nicht aktuell Oder gibt es da schon So die ersten Ansätze? Ja Also ich bin kein Freund Von nicht aktuell Das heißt Dann guckt man nächstes Jahr Und dann guckt man übernächstes Jahr Natürlich ist es nichts Was wir jetzt in sechs Monaten Oder drei Monaten umgesetzt kriegen Aber es ist glaube ich etwas Was eine lange Zeit An Vorarbeit benötigt Zum einen Man muss mit verschiedenen Möglichen Partnern sprechen Man muss im Verein Natürlich viel abstimmen Man muss auch sicherlich Vieles erklären im Verein Aber ich würde jetzt nicht sagen Dass wir es auf die lange Bank schieben Wir gehen es an Wann dann irgendwann Und ob überhaupt irgendwann Dann mal ein Ergebnis vorliegt Weil es kann ja auch sein So oft muss man rangehen Dass am Ende des Tages Alle Seiten zum Ergebnis kommen Die Idee ist eigentlich nicht schlecht Aber es ist aktuell nicht umsetzbar Das weiß man nicht Aber wir sind da sicherlich dran Wenn du jetzt selbst mal So ein bisschen in die Zukunft schauen kannst Wo würdest du die Vomazia gerne Selbst dann auch sehen Auch im Hinblick auf die Finanzen Ja gut Im Hinblick auf die Finanzen Ist es ja so Ich meine Natürlich Finanzen sind immer knapp Auch bei der Vomazia Allerdings Wenn man sieht Was um die Vomazia herum passiert Andere Vereine Auch in der Oberliga Nehmen wir Tuskobel Ins Eintracht Trier Das sind ja Vereine Mit denen wir uns Vergleichen können Die haben ganz andere Probleme Ich glaube Ich hatte hier das Glück Finanzen zu übernehmen Die geordnet sind Es gibt bei uns Ein Solistvergleich monatlich Das klingt jetzt Für die Unternehmer Was ist daran besonders Das ist leider Gottes Sehr besonders Im Fußball Gerade in der Oberliga Viele leben immer noch Morgens lege ich was In die Kasse rein Und abends schaue ich Dass irgendwie noch was drin ist Also das ist alles Sehr strukturiert Und ich glaube Da gibt es immer Sachen Die man noch Teilweise verbessern kann Aber die Basis ist da Ein Traum wäre natürlich Irgendwann mal Ob der realistisch ist Dass man noch Rücklagen hat Weil Wir haben es vorhin gesprochen Vom Vereinsheimsdach Vom Kunstrasen Das wäre natürlich toll Wenn man mal sagen könnte Okay den Eigenanteil Den haben wir uns Auf die Seite gelegt Ohne zu viel zu sagen Bisher hat es nicht geklappt Dann Sie mal guten Mutes Dass es vielleicht demnächst Oder irgendwann dann auch klappt Ja Dankeschön Florian Dass du Zeit gefunden hast Ein bisschen Einblick Über Finanzen Über deinen Job zu geben Vielen Dank Vielen Dank So Bei uns geht es jetzt Sportlich weiter Zumindest am Mikrofon Und ich begrüße unseren Cheftrainer Christian Hübe bei mir Ja Christian Vielleicht ganz kurz Ganz aktuell Gestern Der FSV Frankfurt Bei uns zu Gast Ich fand das sah gar nicht So schlecht aus Oder Ja Jens Lass uns erstmal Von vorne beginnen Erstmal Vielen vielen Dank An die Familie Schmidt Für die Einladung Und ich bin wirklich begeistert Wenn ich hier in die Runde schaue Wie groß die Vomazio Familie ist Und das habe ich gleich in den ersten Wochen auch gemerkt In den Gesprächen Ob das mit dem Herrn Wilhelm war Mit dem Tim Brauer oder Frank Schmidt Wie sehr hier alle am Verein hängen Und da habe ich gemerkt Hier bin ich richtig Und ich möchte auch Den Anlass nutzen Auch allen hier Für 2020 Natürlich alles Gute zu wünschen Bleibt gesund Und ja jetzt Jetzt können wir loslegen Ja Das war ja auch wichtig Ja Okay also gestern war ein richtiger Härtetest Gegen den Regionalligisten Unter gewissen Umständen Die nicht einfach waren Wir haben momentan Sehr viele Verletzte Das darf man nicht vergessen Und trotzdem haben wir gestern Einen Schritt nach vorne gemacht Was Kompaktheit angeht Wir haben kaum was zugelassen Die Tore sind individuell gefallen Das muss man schnell abhaken In der Vorbereitung Aber wir haben gut gespielt Und darauf lässt sich aufbauen Wie schaut euch generell Dein Zwischenfazit aus In der laufenden Runde? Ja gut Um Zwischenfazit ziehen zu können Muss man die Vorgeschichte kennen Und die war nicht ganz einfach Also wir haben angefangen Wo die Stimmungslage eigentlich am Boden war Nach elf Jahren Regionalliga Steigst du ab Mit viel Emotionen das Ganze Und ja Wir mussten erstmal die erste Woche streichen Wir hatten kein Training In der Vorbereitung In der ersten Woche War nicht möglich Waren vier Spieler unter Vertrag In der darauffolgenden Woche Waren es acht Spieler Acht Spieler am ersten Trainingstag Das kann sich jeder vorstellen Hier sind ja viele Unternehmer Ja Ich nehme jetzt mal den Herrn Schmidt Als Beispiel Stellen Sie sich vor Von heute auf morgen Haben Sie keine Mitarbeiter Und jeder erwartet Ja Dass man oben mitspielt Und das ist nicht ganz einfach Und es war aber eine Herausforderung Und da haben wir uns gestellt Und haben dann peu a peu Eine Mannschaft Auf die Beine gestellt Die jugenddynamisch Ja Spannend ist Und ich glaube auch Jetzt Auch für jeden Irgendwo greifbar ist Und wir haben das gut gemeistert Waren lange Nächte Und haben dann peu a peu Eine Mannschaft Auf die Beine gebracht Die die Fans auch zurückgewonnen hat Und als Zwischenfazit Klar Die Vorrunde waren 30 Punkte Ich glaube das ist in Ordnung In der letzten Saison Hat Völklingen 60 Punkte geholt War Tabellenzweiter Und ja Wir hatten in den ersten zwölf Spielen Nur eine Niederlage Das war gegen Trier Und die haben wir knapp verloren Da war auch mehr drin gewesen Grundsätzlich waren die Niederlagen vermeidbar Auch immer sehr knapp Wir haben nie mehr wie ein Gegentor bekommen Und haben natürlich Spiele gehabt In den ersten zwölf vor allem Ja Einschließlich Pokal Wo wir die Fans begeistert haben Also unser Markenzeichen war schon so In den ersten 20 Minuten Und wir überrennen den Gegner Machen zwei Tore Und dann ist die Messe gegessen Und oder auch in der Schlussphase Beispiel beim ersten FC Kaiserslautern In der 90. Ja Machen wir den Sack zu Mit zwei Toren 90. 95. Und das hat natürlich begeistert Und auch irgendwo eine Euphorie Dann auch entfacht Was okay ist Ja Die Romartsee ist ein Traditionsverein Die Erwartungshaltung ist hoch Aber man muss natürlich auch realistisch Alles angehen Ist Zustand Wie war es Ja Und dann kannst du das besser beurteilen Und dann kam natürlich So eine kleine Ergebniskrise Wenn ich die nennen darf Eine kleine Im Oktober Wo wir doch immer Auf der Gewinnerstraße waren Relativ früh Geführt haben Auch im Überzahl waren Und dann Aus irgendeinem Grund Ist an dem Spiel Was passiert Wo uns dann irgendwo Ins Hintertreffen Hat geraten lassen Und dann haben wir Diese Spiele hergeschenkt Ja Und ich hab dann Zur Mannschaft auch gesagt Jungs Wir sind eine junge Mannschaft Wir sind Sportler Wollen gewinnen Aber Fehler sollten sich nicht wiederholen Aus Dummheit Oder aus Faulheit Und Nach Wiesbach Wo wir 1-0 geführt hatten Ja Und ich in der Kabine war Ja Also ist auch übrigens Eine gute Sache Aber heute auch mal Ein paar Internas Auszuplabbern Ich war in der Kabine Wir waren richtig happy Super Spiel Jungs Spielt genauso weiter Der Gegner wird diesen Druck Nicht aushalten Was passiert in der zweiten Halbzeit Der eine oder andere Musste raus Die Beweglichkeit hat gefehlt Der Gegner kommt zurück Und wir verlieren das Ding Trotz Überzahl Nach diesem Spiel Gab es dann eine Sitzung Und das haben wir Deutlich angesprochen Haben dann eine Reaktion gezeigt 4-1 gegen Dieflen gewonnen Und dann ging es In diese Phase rein Ja Pokalspiel Alles läuft nach Plan 2-0 führst du Auch in Überzahl Und dann passiert wieder was Ja Die Mannschaft war jung War einfach nicht so weit Ja Der Gegner sagt sich Junge Mannschaft Wir gehen all in Mach einen Schritt mehr Wir haben doch nichts mehr zu verlieren Wenn du jung bist Nicht diese Erfahrungswerte hast Ziehst du dich vielleicht zurück Machst einen Schritt weniger Da habe ich mir gewünscht Dass wir Spieler auf dem Platz haben Die diese Verantwortung übernehmen Gib mir den Ball Für einen Zweikampf Wir lassen hier nichts anbrennen So Und das hat sich dann So ein bisschen eingeschlichen Und ja Hat sich dann so im Oktober Leicht unterbewusst verfestigt Dieses Monster Wenn ich es nennen darf Ja und Ich saß dann Nach dem Spiel gegen Eisbachtal So Für mich allein Und hab dann gedacht Sag mal Das gibt's doch nicht Du willst Leidenschaft Lebst es vor Und die Mannschaft Lässt sich dann plötzlich In einer 2-0-Führung In Eisbachtal Plötzlich so dermaßen Einschüchtern Einschüchtern durch eine Aktion Ja dann sitze ich so Und denke Okay Ja was machen wir jetzt Wir sind viel zu labil Für Dudenhof Weil du fährst da hin Eine Mannschaft Wenn sie ein Gegentor kriegt Oder einen Zweikampf Irgendwie nicht führt Fängt an zu krübeln Okay wir haben die Wochen vorher gesprochen Und dann hab ich gesagt Okay Am Montag komm ich in die Kabine Nach Eisbachtal Köpfe sind unten Ich weiß wie es ist Aus meinen Erfahrungen Im Profibereich Wenn Trainer dann reinkommen Dann ist erstmal Ruhe Und dann wird rumgeschrien Teilweise Ich wollte das anders machen Ich hab für mich gesagt Okay wir haben drüber gesprochen Wenn ihr es nicht versteht Schienbeinschone anziehen In 5 Minuten auf dem Platz Ich hab mir Tage vorher Gedanken gemacht Okay Kleine Spielform Ich muss die Spieler Die von der Hierarchie oben sind Dazu bewegen Sich gegenseitig auch mal Auf die Füße zu drehen Alles in einem Maß Wo nur fair ist Ich hab aber nichts abgepfiffen Also ich hab das keine Rolle gespielt Wie das faul war Ich wollte eine Zweikampfführung Weil ich wusste In Dudenhofen spielst du auf dem Acker Gegen die heimstärkste Mannschaft Die kein Spiel verloren hat Gegen den Tabellenführer gewinnt 1 zu 0 Und die voller Selbstvertrauen ist Und wir sind labil Okay Enges Spielfeld Hab die Mannschaftsaufstellung so gemacht Ich sag jetzt Namen Die Jungs sind ja da Also ihr wisst Ich bin da offen und ehrlich Ich wollte Erik Lickert Fatih Köxer Zweikampf Nicht aus dem Weg gehen Haut euch mal um Jan Darke Und so weiter Und das ist passiert Das ist passiert Dann sind Worte gefahren Halt nicht rum Steh auf Aha Ich war nur ruhig Ich hab innerlich applaudiert Hab dann gesagt Okay Ihr müsst wissen Was euch am Wochenende Was da vor euch steht So Und da mussten wir ran Hinzu kam noch Diese Standardsituation Wo ich schon mit dem PK gesagt hab Ich kann sie ja nicht festbinden Wie kriege ich es denn raus Du musst die Verantwortung haben Bei Standards Ob in Koblenz Wo du eine erste Halbzeit spielst Hervorragend Ja Hast zwei Mann zugeteilt Langer Ball Ecke Der erste Mann ist frei Köpft zum zweiten Mann Der freies Tor 1-0 verloren Okay Spielfeld Sechs Drei Sechser Teams 18 Mann waren wir Sechs gegen Sechs Im Sechzehner Hab jeweils auf der linken Seite Rechten Seite Hütchen aufgestellt Mann mit Ball dazu Und hab dann die Namen gerufen Ja Unterschiedlich Ja Fatih Und da mussten sie sich umdrehen Wo ist Fatih Wo steht der Der muss die Bälle reinschlagen Und ich muss ein Mann sein Im Sechs gegen Sechs Im Sechzehner Und verteidige Ich hab Provokationsregeln rein Ich hab gesagt Wenn ein Tor passiert Geht die verteidigende Mannschaft Auf den Sechzehner Sprintet los Zum anderen Sechzehner zurück Dann schauen wir halt Das tut weh Okay Was war Wir hatten eine Mannschaft Die Ein Tor bekommen hat Ich gepfiffen Sechzehner Sprint Zum nächsten Sechzehner zurück Okay Diese Mannschaft Hat gleich hinterher Ein zweites Tor bekommen Sprint Vor Zurück So Was glaubst du Wie die dann In die Bälle gegangen sind Ja Da sind die Alarmglocken Bildlich Weg gewesen Ich hab dich angeschaut Dein Kopf war rot Die Säure war oben Okay Willst du verteidigen Oder willst du ein Tor kriegen Was denken sie was machen Jetzt geh mal zum Mann Und kein Tor ist mehr passiert Kein einziges Tor Und das meine ich mit Einstellung Du musst diese Mentalität haben Ja Diesen Ball zu verteidigen Also es waren jetzt So ein paar Kleinigkeiten Ich finde es nämlich interessant Ich wollte es jetzt auch mal Aus dem Nähkästchen plappern Wie man als Trainer auch versucht Man muss sich nicht immer draufhauen Sondern durch Regeln Das Ganze zu steuern So Und das war der Ansatz Und wir haben Tudelhofen Einzel geschlagen Wir waren in der Kabine Das sind Worte gefallen Die will ich jetzt hier nicht erwähnen Ja Die waren heiß Ich habe zu Max Zum Co-Trainer gesagt Max Schau dir das an Wir haben heute Dieses Spiel schon In der Kabine gewonnen Und das erwarte ich jetzt In den nächsten Spielen Und das wird der Ansatz sein Ja Ansatz ist schon ein gutes Stichwort Ja Ist zu laut Gutes Frechel Nicht Stichwort Vorbereitung Die aktuelle Wie schaut es im Moment aus Alle mental fit Nach einer Pause Musst du ja fit sein im Kopf Das ist sechs Wochen Pause Wenn du da nicht mental fit bist Weiß ich auch nicht Ja Die haben Laufpläne bekommen Haben sie auch wirklich Alle sehr gut umgesetzt Und sind auch jetzt Auch im Vergleich zu FSV Frankfurt Gestern fand ich uns Sehr frisch und fit Zu diesem Zeitpunkt Wir haben ja noch Vier Wochen Vorbereitung Alles gut Die Personallage Ist natürlich etwas Was mir ein bisschen Bauchschmerzen bereitet Weil du einfach Vom Trainingsinhalt Nicht alle an Bord hast Ja Trotzdem machen wir es gut Und werden natürlich Alles dran setzen Dass wir zum ersten Spieltag Was jetzt alles passiert Ergebnisse hin oder her Am ersten Spieltag zählt Bis dahin sind wir fit Beim ersten Spiel 11-0 Dann gegen Wald-Algesheim Die Niederlage Alle haben erst mal gedacht Gegen Wald-Algesheim Hat man ja Aufschlag gesehen Können wir ein bisschen Was Näheres erkennen Welche Erkenntnisse Nimmst du damit raus Ja gut Ich muss schon ein paar Dinge Ausprobieren Ob personell Oder auch vom System Auch Wald-Algesheim Haben wir ja Spieler Geschonen Wie Jan Dahlke Eric Lickert Und so weiter Schlierim Aaron Die konnten gar nicht spielen Giovane Hat einen Achillessehnenriss Gio Kreuzbandriss Tevin Erich Knorpelschaden Und so weiter Klar Da musst du natürlich schauen Auch von der Belastung Eric hat natürlich Mit seiner Außenbandgeschichte Keine Laufeinheiten Machen können In der Pause Auch er Ist jetzt auf dem Weg Wieder fit zu werden Muss man alles Bedenken Und Den ein oder anderen U19 U23 Spiel haben wir auch getestet Alles gut Alles gut Das was ich sehen will Sehe ich Es gab drei Neuzugänge Zwei sind sozusagen Gerade noch so Durchs Transferfenster Gespungen Vielleicht ein paar Worte dazu Ja gut Sandro ist ja Jedem Begriff Ja also Er bringt Erfahrung mit Tut uns gut Schlägt sehr gute Standards Und ist auch ein Spieler Der immer den Ball will Coacht Sehr beweglich Ja er wird uns gut tun Gerade in den Spielen Wie Konsenheim Wo du auch führst Übrigens 2-1 geführt Elf Meter gehabt Kannst 3-1 machen Und am Ende Verlierst du das Ding Und da wünsche ich mir dann Dass wir Spiele auf dem Platz haben Die auch mal das Spiel beruhigen Mal in die Ballbesitzphase gehen Und nicht den Kopf verlieren Also er wird uns mit Sicherheit gut tun Beim Ahmed ist es so Den kenne ich noch von damals Er war sehr agil Und sehr aggressiv Ein Trippelspieler Hat auch im ersten Test Gegen Waldalgeseim Hervorragend gespielt Hat jetzt natürlich auch eine Verletzung Hat einen Bumbrus Ja das ist eine einblutende Knochen Kannst du nicht rausmassieren Wie beim Muskel Das dauert Zeit Ist sehr schmerzhaft Und beim Asiaten Muss ich aufpassen Katsuki Glaube ich Katsuki Kami So Ja das war auch kurzfristig Das sind alles Spieler Die zu uns kommen Wollten Und wir haben Bedarf Ja Und von daher Wenn einer will Dann werden wir eine Lösung finden Und die werden uns gut tun Vielleicht noch ein Wort Mit der Langzeitverletzten Wann kann man wieder Mit dem einen oder anderen rechnen Na gut Definiere ich es im Aufbau Aber man darf eins nicht vergessen Wenn einer gesund ist Ist er nicht fit Wenn du ein halbes Jahr nichts machst Dann brauchst du erst mal Ein paar Monate Training Um wieder reinzukommen Das dauert Gio wurde operiert In der letzten Woche Kreuzbandriss Saison vorbei Giovane Ist einer unserer Brasilianer Der uns auch gut tut Ja mit seiner Art und Weise Ist einer Der hebt die Fahne hoch Wenn nichts mehr geht Der hält sie oben Der läuft jetzt schon Der Nachhine sehner ist Also er kämpft einfach Muss ich auch so sagen Um seine Existenz Es ist einfach einer Der aus Brasilien herkam Und der will seine Chancen In Deutschland wahrnehmen Und deswegen Ja Dauert aber seine Zeit Klar Beim Luca Gracciotti Müssen wir abwarten Ja Er ist ein Spieler Der mit seiner Muskulatur Am Sehnen Ansatzprobleme hat Da müssen wir abwarten Wie er das Ganze verkraftet Und Beim Niklas Reichel Ja Da habe ich natürlich gehofft Dass er zurückkommt Aber das ist auch schleppend Es hat sich nicht viel verbessert In der Schulter In der Sehne Da werden wir abwarten Nächste Woche Ob er vielleicht operiert werden muss Oder nicht Welches Ziel hast du dir selbst gesetzt Für diese Saison? Ja gut Ziel Ja also Ich versuche immer das sachlich zu sehen Ja also wenn wir alle Mann an Bord haben Eine gute Vorbereitung Wenn wir Auch das Glück auf unserer Seite haben Und auch vielleicht die anderen Ein bisschen für uns spielen Und wir unsere Unsere Best Performance zeigen Dann haben wir auch Möglichkeiten Oben anzugreifen Das ist ja auch alles eng Aber hättest du mich mal In der ersten Woche nach dem Ziel gefragt Als ich nach Hause gefahren bin Abends Und gewusst habe Acht Stück Dann habe ich erstmal Was für ein Ziel Spielen wir hier noch um den Aufstieg Abstieg Um was geht es denn? So aber Und da muss ich ein Kompliment An das ganze Team sagen Ob Norbert Hesse Ibrahim Kurt Max Mehring Und so weiter Marcel Gebhardt Ja Wir haben uns eigentlich immer Recht gut ausgetauscht Und haben dann das als Herausforderung Und deswegen Unser Ziel Mein Ziel ist es Jedes Spiel zu gewinnen Ja fertig Ich glaube das fänden die Fenster Auch richtig gut Ja Ich werde oft gefragt Laufen im Hintergrund Schon ein bisschen Planung Für die nächste Saison Ja klar Es ist ja Also es ist ja selbstverständlich Ja Du kannst im Fußball Nicht im Juni Anfangen zu planen So wie wir es gemacht haben Es ist sehr schwierig Und trotzdem Im Vergleich zu vielen Anderen Mannschaften Ja Ich nehme mal das Thema Vetersheim auf Was ja auch oft gerne Benutzt wird Im Vergleich dazu Ist das eine eingespielte Truppe Die waren letztes Jahr Dritter gewesen Haben Wenn ich nur sieben Spieler nehme Haben die im Schnitt Über 150 Oberligaspiele Teilweise Spieler drin 150 Regionalligaspiele Und jeder denkt Wir müssen die schlagen Mit einem Altersdurchschnitt Von 21 Jahren Eine neu zusammengewürfelte Mannschaft Die sich finden muss Automatismen Verletzungen Und wir haben es geschafft Also nochmal Also ich bin unheimlich stolz Auf diese Mannschaft Und so muss es einfach weitergehen Ich glaube der ganze Verein Ist auf die Mannschaft stolz Ich denke das auch Ein Applaus wird Welche Erfahrungen kannst du eigentlich Als ehemaliger Profi weitergeben Gibt es da die Jungs Die dann sagen Ich habe einen Trainer Der war schon mal Profi Da muss ich große Ohren haben Ja es hilft schon Also ich wäre nicht authentisch Wenn ich hier vorne stirre Und dem Spiel erzähle Wie es funktioniert Und ich habe es nicht erlebt Ja wo kommt man denn da hin Dann glauben die mir ja kein Wort Ich bin 2007 aufgestiegen Mit WM Wiesbaden In die zweite Bundesliga als Meister 2012 mit Sandhausen Als Meister In die zweite Bundesliga aufgestiegen Aber ich habe auch Abstiege erlebt So beides hat mich zu dem gemacht Wie ich jetzt denke Und ich weiß wie sich ein Spieler fühlt Der mal nicht spielt Ich weiß wie sich ein Spieler fühlt Der nicht im Kader ist Ja oder was der ein oder andere braucht Das machen wir dann In persönlichen Gesprächen Und das hilft mit Sicherheit Um die Situation besser einzuschätzen Was kannst du genau der Mannschaft mitgeben Als ehemaliger Profi Hast du da auch irgendwo Auch Trainer selbst gehabt Wo du sagst Die haben mir was mitgegeben Was ich jetzt selbst auch verwenden kann Naja die gibt es immer Es gibt solche und solche Trainer Es gibt Trainer Da hast du Erfolg Weiß nicht warum Ja weil die Mannschaft Eigentlich stark war So das gibt es Es gibt verschiedene Facetten Ich glaube Mit Wolfgang Frank Hatte ich einen Trainer Der ja die Viererkette Auch als erstes Nach Deutschland brachte Und unter dem auch Spieler Und jetzige Trainer Wie Jürgen Klopp Marco Rose Sandro Schwarz Lieberknecht Und so weiter waren Die schwer mehr von ihm Weil er einfach diese mentale Stärke Reinbringt Und viele Gespräche mit dir führt Also ich habe damals in der Türkei Im Trainingslager Drei Stunden mit ihm In der Lobby erzählen Und das hat mir viel gebracht Er hat halt immer gesagt Glück ist kein Zufall Man muss hart arbeiten Und immer dranbleiben Und ja also Da nehme ich schon viele Dinge mit Auch von Trainern Die mir vielleicht nicht so gepasst haben Ja das kann auch passieren Aber ich versuche dann meinen eigenen Weg zu gehen Zum Abschluss Gleich noch eine kleine Vorausschau Vorbereitung Was steht noch an Was hast du im Training noch vor Gibt es spezielle Events vielleicht auch noch Ja wir waren jetzt vor kurzem In Bad Boys 3 gewesen Das spiegelt so ein bisschen Die Mannschaft wieder Ja Das war eine gute Geschichte Dann wird mit Sicherheit noch Das ein oder andere Team Event kommen Das darf ich jetzt hier nicht verraten Und ja wir werden Testspiele haben Gegen Neckars-Ullen Gestandener Oberligist TSG Hoffenheim 2 Und dann gegen Herdesheim Und dann geht es schon los Also es steht auch viel taktisch dran Fitnessmäßig wollte ich uns auch Einen Schritt nach vorne bringen Weil wir viele Spieler im Team hatten Und das kommt ja noch hinzu Nehmen wir die erste Elf von Eisbachtal Da waren zwei Spieler Die durchgängig gespielt haben Ja und im letzten Jahr Ansonsten waren das zum Großteil Spieler Die ein Jahr nicht gespielt haben Fast zwei oder verletzt waren Und so weiter Das musst du alles bedenken Ja Fitness Taktische Inhalte Alle Phasen im Spiel Klar und ich will uns auswärts besser sehen Also da müssen wir Da müssen wir besser auftreten Mehr Punkte holen Und auch die Null schätzen Spielst du 0-0 hast einen Punkt Ja und da müssen wir hinkommen Überall wo ich Meister wurde Waren wir die beste Abwehr der Liga So und da müssen wir hinkommen Zum Abschluss noch die Frage Eintracht hier Es geht an die Mosel Wie wichtig ist es da Eintracht gleich was zählbares mitzunehmen? Gut man muss eines wissen Wir haben noch 15 Spiele glaube ich sind es Und da entscheidet sich noch nichts Da auch mal ein bisschen Druck daraus zu nehmen Ja weil wenn du gewinnst Das nächste Spiel verlierst Kann es wieder gleich sein Aber wir haben in dem ersten Spiel 1-0 verloren Wir wissen was auf uns zukommt Sie haben auch groß gesagt Sie müssen und wollen aufsteigen Ja und wir werden uns so vorbereiten Dass wir die passende Antwort dann auch haben Egal was passiert Und ich hoffe natürlich Dass wir es positiv gestalten können Ja dann sage ich Dankeschön Dass du ein bisschen Einblick gewährt hast So in verschiedene Richtungen Und für dich haben wir auch noch eine Kleinigkeit Und was Herzhaftes gibt es auch gleich Weil ich darf jetzt auch das Buffet eröffnen Und das Buffet hat dort einen Bringservice Also man kommt mit dem Tablet vorbei Dann bitte einfach mal zugreifen Ich darf mich verabschieden Und wünsche dir noch einen schönen Restsonntag Dankeschön Applaus Applaus Applaus